Hi da, was geht ab Leute, Hong hier. Es kamen gerade wieder ein paar neue Mewtwo EX Einladungen raus. Gestern kamen auch welche, die von gestern, war vorher siebar. Es war vorher gesagt, dass die am Donnerstag kommen wird. Da haben mich viele im Stream gefragt, Hong, wann kommt die nächste Einladung, was glaubst du, was weiß ich. Und ich habe gesagt Donnerstag, weil das System, das natürlich heute danach wieder nicht stimmt, gesagt hat, zwei Tage vor dem nächsten EX Raid. Der nächste EX Raid wäre Samstag gewesen. Problem ist, die Einladung von Donnerstag ist für den selben Tag, Samstag, wie die Einladung davor. Das heißt, jetzt haben wir zwei Raids am Samstag und wiederum manche zwei Raids am Samstag gleichzeitig, so wie ich. Ich habe morgen, sprich, wenn ihr das seht, dann heute zwei Mewtwo EX Raids gleichzeitig um 13 Uhr. Einmal irgendwo Heimatlandplatz und einmal in Parsing. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich es schaffen. Aber mehr dazu dann im Video, wie ich zwei Mewtwo's hintereinander machen werde. Vielleicht sogar in einem Glück sei. Bin echt gespannt drauf. Und wie gesagt, heute gerade eben kam noch eine Einladung. Habe ich auch bekommen. Das heißt, ich habe drei Einladungen gleichzeitig. Brunnen, ein Uhr. Mal mal Parsing, ein Uhr. Und dann nächste Woche in acht Tagen, Gedenkstein. 4.30 Uhr. Gedenkstein. Das war da, wo ich meinen 100er Godon gefangen habe. Wo ich gesagt habe, okay, gehe ich nochmal raus. Weil das eine Trigger Arena ist. Nehme ich das mal mit. Und zufällig dann auf einmal 100er Godon. Und dafür jetzt auch die Einladung. Also in der Endkaube hat die Einladung gerade richtig raus. Drei Einladungen gleichzeitig. Und das haben echt eine Menge Leute. Mal schauen, was das bedeuten wird. Vielleicht kommt jetzt demnächst echt ein neuer iX-Rate Boss. Weil die jetzt echt so viele raus haben. Die wollen echt, dass jeder Mewtwo hat. Und dann kommt der nächste. Schreibt unten rein, ob ihr auch eine Einladung bekommen habt. Oder zwei oder drei. Und schreibt vor allem rein, ob ihr jetzt endlich wenigstens einen habt. Oder gibt es immer noch Leute, die immer noch gar keine haben. Weil das tut mir echt wirklich, wirklich leid. Ich laufe hier mit drei Einladungen durch die Gegend. Und manche haben vielleicht immer noch nicht mal einen Mewtwo. Ansonsten, das war es von mir. Ich plane jetzt, wie ich meine zwei Mewtwos schaffe. Und an alle, die morgen, beziehungsweise dann heute, wenn ihr das Video seht, ein Mewtwo-Rate-Up. Wünsche euch viel Glück. Ich wünsche euch ein Hunderter. Das war's von mir. Wir haben mal Liken, Subscribe, Kommentieren. Check die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon is serious business.